Ja, willkommen zu Bulletstorm mit Ischi und mir. Oh, da hätte ich auch noch reinlaufen können. Der schlimmste Familienurlaub. Lade häufig nach, niemand stürzt sich gerne unvorbereitet in die Arbeit. Okay, mache ich aber eigentlich schon. Willkommen zu Ihren schlimmsten Albträumen und Ängsten, dem Terror-Dome. Sehen und staunen Sie angesichts der abschäulichen Drobe des mächtigen und schrecklichen Mechathons. Der Legende nach kann ein mutiges Herz den gewaltigen Mechathons zähmen und sogar kontrollieren. Aha. Mutiges Gre... Ja, aber wenn er noch ein Herz hat... Warum mache ich das jetzt? Ach, Schieter. Ich bin gespart. Sind ja noch gut ausgestattet. Hier haben wir einen Schuss verbraucht und die Peitsche habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aha. Hübsch. Sehr hübsch. Die sehen ja putzig aus. Sieht aus, als würde einer fehlen. Oh ja. Ich begreife nicht, dass ich das hier erfüße. Ach komm schon. Willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust hier mit einem dieser Mechathons rumzuwägen? Niedlich. Jetzt soll ich da rüber springen? Das war bestimmt... Keine gute Entscheidung. Oh, das war ja einfach. Weg ist er. Wir können ein bisschen mehr ab hier. So geht's auch. Aha. Wir nehmen die mal. Oh ja, die kann ich mich erinnern. Die hab ich gern gemocht. Deswegen. Gibt bloß noch ein bisschen Munition. Ah, ich muss erst mal Munition haben. Ich hoffe, dass da noch so ein Digger kommt. Dass wir noch ein bisschen was sammeln können. Komm mal her. Komm mal her. Da ist er. Oh, das war Ishii. Der hat mich verwirrt. Ja, das gab Munition für die... Schrotzünder. Ja, mein, können sie gut. Wir fahren Autos. Hübsch. Wie dich denn? Komm, ich verschleunige dir. Nichts übersehen hier. Daneben. Daneben. Nicht daneben. Komm, Ishii. Und wieder weg. Und wieder her. Und wieder weg. So, reich. Was denn? Munition. Fähre wenden. Oh. Oh, niedlich. Oh, sowas brauche ich auch. Ishii auch da? Schlimmste Familienurlaub aller Zeit. Ja, das wurde uns auch versprochen. Mach nicht so ein Lernen da oben. Meine Nachbarn wollen schlafen. Ah. Wollen wir die wirklich verwenden, Ishii? Lagepeilen? Sieht gut aus. Sieht sicher aus. Schwätsche. Sieht gut aus. So, dann werden wir uns mal erstmal um diese Schrotflinte kümmern. Ich drücke immer Enter. So, das muss reichen. Die macht sich ganz gut. Besonders bei den fetten Gegnern. Aber hier ist auch nichts weiter. Ach, Ishii ist schon draußen. Hab das gar nicht mitgekommen. Wo ist die Stoff? Wo ist die Stoff? Ich hab was. Ich hab was. Hübsch. Gefällt mir. Ach, da kommt Ishii angeklappert. Runterspringen. Und jetzt? Mach auf! Ishii! Uh. Komm, Ishii. Oben ohne. Bisschen weg. Bisschen erholen. So. Äh, ja. Da lang glaube ich nicht, ne? Ja, hier ist ja eine Scheibe. Treppe runter. Und treten. Oh, oh. Nicht gut. Äh. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Ich hoffe, du hast eine waschrechte Robotersteuerung gefunden. Linke Maustaste schießen. C, interagieren. Aha. Und wie bewege ich den? Ach, da. C. Ich hänge fest. Spiel. Jetzt. Der kommt von alleine mit. Aha. Das Fass macht bumm. Das Fass macht bumm. Sehr schön. Ist schon ein bisschen mitgenommen, das Teil. Spiel, aber. Ah. Schieß sie kaputt. Die Kommentare. Da ist noch wer da. Oh, hier ist ja alles voll. Ich hab noch irgendwo was gehört. Da. Da ist noch ein Amboss. Ein Schuss. Haben wir alles? Nee, da. Oh, doch. Oh, ich hab nicht gedrückt. Ich drück doch C. Jetzt. Ach, mit Anlauf. Ach. Ach. Ishi, mach mal die Tür auf. Ishi. Danke. Recht bei's. Schießt doch nicht alle auf mich. Oh, Erholung, 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 Erholung. Bis jetzt. Ich kann nicht da drauf schießen. Jetzt. Treffen. Wo ist denn der? Ach da. Immer noch. Ach, die wachsen nach. Hat er putt gemacht. Ich ja, das glaub ich. Ich auch. Ich dachte, da wär noch wer. Und jetzt. Ach. Bisschen seltsam manchmal. Das hakelt hier so ein bisschen. Wenn ich vorwärts gehen will. Greif an, mein Schoß, Tierchen. Bring Tod und Vernichtung über die Menschen. Ich glaub, da sind gar keine Menschen mehr. Kommt da noch mehr. Mach mal ein bisschen schneller. Oh, auf den Balkon. Aua. Da ist noch wer, da oben. Ach, ich fand's gut. Und vor allen Dingen ist das Ressourcenschon. Oh. Nun schießt du mal einen ab? Ja, endlich. Kann ich auch anvisieren? Ja. So, jetzt. Was nu? Andere Seite? Schieß ihn ab! Du sollst ja nicht hinlaufen. Sag mal! Gibt's doch gar nicht. Noch mehr? Oh. 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 Die macht zwar viel Lärm. Ja, ich hoffe es. Wo schießt du denn noch hin, wenn's zu Ende ist? Ach da. Jetzt gucken wir uns das erstmal in Ruhe an. Jetzt haben wir endlich noch Ruhe. Hübsch. Hübsch ist hier. Und schießt mit den Augen. Gut. Na gut, wir sollen hier die Tür aufmachen. Klopf mal an. Oh. 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 Der war so ne gute Höfe. Na ja mal. Was ist da unten? Rrrr. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Na klar. Logisch. Heiße Handschuhe. Ah, davor kommt der Schnitt. Wo ein Scharfschütze. Ach ja, ein Scharfschützengewehr gab's ja auch noch. Das war auch nicht schlecht. Man kann aber nur drei Waffen mitnehmen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das konnte man auch irgendwie einstellen. Und zwar nur bei so einem Versorgungsdingen. Ach, ein bisschen Farbe und dann geht das schon. Ja, das war auch nicht. Ja. Ja, das fahr ich mich auch. Ja, das fahr ich mich auch. Und? Mir macht das auch jetzt wieder Spaß. Checkpoint. Checkpoint Charlie. Okay. Wir werden in der nächsten Folge hier treten. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich habe, der Hals wird auch langsam trocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.